Die Schauspielerin Juma Thurman wirft dem Filmproduzenten Harvey Weinstein vor, sie sexuell bedrängt zu haben. Thurman folgt damit dem Beispiel mehrere ihrer Kolleginnen, die ähnliche Vorwürfe gegen Weinstein erhoben haben. In einem Interview mit der New York Times beschreibt Thurman den Vorfall. Zum Zeitpunkt des Übergriffs habe sie Weinstein schon sehr gut gekannt, aber Warnzeichen übersehen. Bereits im Herbst hatte es erste Anzeichen gegeben, dass Thurman etwas zu dem Thema sexueller Belästigung und frauenverachtenden Verhaltens in Hollywood sagen möchte. Auch ihr Bruch mit Weinstein wurde damals öffentlich. Weinstein war als Produzent Partner von Quentin Tarantino bei den Kultfilmen Kill Bill und Pulp Fiction, in denen auch Juma Thurman mitspielte. Nach den Vorwürfen von Schauspielerinnen hatte Weinstein Fehlverhalten eingeräumt, den Vorwurf der Vergewaltigung aber zurückgewiesen.